Und damit herzlich Willkommen zu einem neuen Part Creepy Road. Der Wahnsinn geht weiter. Okay. Alle meine Häschen. Greifen mich grad an. Okay, wir haben alle unsere Waffen wieder voll. WTF? Jetzt weiß ich warum die Kids so viel Angst vor Clowns haben. In Horrorfilmen. Alter, 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 alter. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder da seid. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Alter! Gar keine Chance, gar keine Chance gehabt. Was ist böse? Angst vor Häschen. Angst vor Clowns. Ist ja nicht mehr normal. Jesus. Ohohohohohohohohohohohoho. Okay, Leute, mein persönlicher Albtraum wird gerade wahr. So, jetzt aber ihr, komm schon. Alter Schwede. Krieg ich hier vielleicht noch ein bisschen Leben? Wäre feinie fein. Aber ich kriege einen Checkpoint, das ist okay, damit lasse ich ja mit mir reden. Ach du Scheiße. Alter, Alter. Ich mag ab sofort keine Pandas mehr. Gerade die, die am Ballon hängen. Ach du Kacke, jetzt kommt ja alle Kuh auch noch. Alter, Waffen. Jesus. Das ist nicht bald Ostern? Schön, dass du da hinten bleibst. Oh, ich kann mit dem Ding nicht springen. Oh, die Waffe ist so schwer. Das ist schon ein bisschen krankes Spiel, ne? DASER. 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 Oh, ja. Oh, ja. Schafft? Ja. Ui, 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 ui. Ja, läuft. Musst du mich so erschrecken? Oh, 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 oh. Okay. Ausweichen und in den Arsch schießen. Ist in Ordnung. Oha. Ich glaube, den haben wir gebasht. Puh. Ist das gemein. Alter Schwede. Oha. 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 Ohm. Named Lucky. Lucky immediately became a favorite of the Publix. Everything was going well until last night. I couldn't sleep much after the show, so I went for a little midnight stroll to get some fresh air, when suddenly I noticed a familiar silhouette in the light of the moon. It was definitely Lucky. He was pouring some liquid into our smoke machines. Honestly, I didn't think the Eucalyptus Muncher had it in him. But boy, was I wrong. The show began, and the smoke machines were turned on. Everyone running, shouting, and screaming. The smoke was poisoned. Everyone who inhaled it immediately lost control of themselves and became crazy and cruel. They started to destroy everything in their way. Oh, Lucky. He achieved his goal. Jihyg помощью. Thanks,- Jihy! 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 Alles klar. Oh Mann. Schön Boom Boom macht's. Oh yeah. Das ist doch... Alter was ist das für welche? Voll die Zuschos. Oh die auch noch. Hier ist ja was los. Jesus. Also ich kann euch dieses Game echt nur empfehlen. Es macht echt Spaß. Wenn ihr aufs totale Metzeln steht. Autsch. Okay. Bazooka. Okay das war natürlich... Naja. Vorprogrammiert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Hai! Ei! Taneci! 담! Ei! Ah! Ei diese Scheiß vollständig! Dan wär ja alles viel besser. Taneci! Okay. Okay. Nein, es geht noch nicht weiter. So, ich hoffe, das ist kein Bug. So, kommt ihr noch mal. Ach, kommt Leute. Really? Okay, wir werden ja echt restarten müssen. Voll doof. Na gut. Die wollen mich mit dem Selfie-Stick... okay. Oh. Oh! 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 S-A-L-D-I-A-M! S-A-R-I-A-M! Ah, das geht weiter, sehr schön. Tja, da gehen wir mit der Englein. Oh, Mann! Doch, ja, das fetzt. Checkpoint. Yes. Was ist das? Okay. Ähm. Haben wir die jetzt gerade in einen Kackhaufen verwandelt, oder was? Jo! Brennt, ihr Schweine! Nein! 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 Stattdessen machen sie uns zu Gulasch. Alter! Haut ihr mich mit ihrem Selfie-Stick zu Tode? Yeah! Holy shit! Bazooka! Where y'all been? Hm. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Schöööün Wegmärzeln! Ah, oh! Oh, Aaut! Oh, Mist! Aber mir scheint, wir haben und denke ich, wir leben. Ja, wenigstens fair, ne? Wenigstens fair. Aber wir müssen hier langsamer vorankommen, denn der Part ist recht zu Ende. Sehr gut. Ja, warum nicht, ne? Ne Kalashnikov. Dieser Fisch, das ist nicht auszuhalten. Okay. Das sieht sehr nach verlorener Aufblick aus. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Oh, sorry, Mom. Oh, sorry, Mom. You stole my booze. Alter Schwede. Okay, haben wir diese Stage auch gecleared. Gut, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Es war mal wieder sehr aufregend. Und ich sage mal, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und vielen Dank für ein Abo, Kommentar nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, euer Retrobasti. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau.